Hallo und willkommen zur Cookie Class. Ich zeige euch heute das zweite Basic, um tolle Cookies zu machen und zwar das Royal Icing. Da gibt es zwei Techniken, zwei Grundtechniken, das Outlining und das Flooding und dazu brauchen wir aber zuerst das Icing und das machen wir jetzt. So, das Icing ist eigentlich ziemlich simpel, das besteht nämlich nur aus Eiern und Puderzucker und zwar im Verhältnis ein Ei auf eine Packung Puderzucker. Je nachdem, wie groß die Eier sind, ist das mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr. Ihr müsst darauf achten, dass die Schüssel ganz trocken ist, damit das Eiweiß richtig steif wird. So, und der Eischnee ist fertig, wenn er nicht mehr aus der Schüssel fällt, weil man die auf den Kopf hält. So, und jetzt kommt eigentlich nur der Puderzucker hinzu und je nachdem, wie groß eure Eier waren, ist es ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Puderzucker, also eine Packung pro Ei. So, zum Schluss nimmt man dann doch einen Löffel, weil die Konsistenz dann ziemlich hart ist, das ist für die Maschine nicht mehr so gut. Und ja, jetzt seht ihr, die Konsistenz ist so wie Zahnpasta, es zieht sich so und der Löffel bleibt auch drin stehen. Das heißt, jetzt haben wir unser festes Royal Icing für die Outline. So, das Icing ist jetzt fertig und jetzt möchte ich euch erstmal die Technik Outlining zeigen. Dazu nehmen wir uns jetzt eine kleine Schüssel und packen einen Teil des Icings in diese kleine Schüssel. Das reicht schon. Und das färben wir jetzt ein und zwar haben wir heute Lust auf Pink, das heißt, wir nehmen Rot und ganz wichtig dabei, nehmt Gelfarben. Keine, die Lebensmittelfarben, die ihr so im Supermarkt kaufen könnt, sind meistens flüssig. Die verändern dann die Konsistenz des Icings. Es ist aber wichtig, dass die Konsistenz gleich bleibt. Deswegen, Gelfarben, die sind nicht flüssig, sondern ebenso gelartig. So, wir möchten gerne Pink haben und deswegen nehmen wir Rot und ja, wir müssen es jetzt so ein bisschen langsam rantasten. Deswegen nehme ich jetzt nur erstmal so ein bisschen auf den Zahnstocher und stiche das da so rein. So, und dann gucken wir mal. Das ist nämlich schon, wie ihr seht, wird das ganz schnell... Ja, ist eigentlich schon Pink. Obwohl wir nur so ein ganz kleines bisschen genommen haben. Klar, wenn man ein bisschen dunkleres Pink haben will, nimmt man jetzt nochmal so eine Spitze mit dem Zahnstocher. Aber für mich, ich weiß nicht, ich finde, ich liebe Pastellfarben. Das passt schon. So, wir haben das rosa Eisen jetzt aufgeteilt. Ein Teil habe ich hier noch in der Schüssel, der ist später fürs Flooding. Und ein Teil ist jetzt hier in dieser Spritztüte. Dazu habe ich bei der Spritztüte unten die Spitze abgeschnitten und habe eine Metalltülle reingemacht. Das ist in diesem Fall eine Einer-Metalltülle. Die gibt es in verschiedenen Größen. Aber wir wollen ja, dass die Outline von dem Cookie schön dünn wird. Deswegen die Einer. Und oben habe ich die Tüte auch ein bisschen gekürzt, weil die meistens ziemlich groß sind. Und schön mit dem Gummi fixiert, damit beim Drücken nichts oben rauskommt. So, das, was wir bis jetzt hier haben, ist ja das harte Icing. Das ist für die Outline, also für das Umranden vom Cookie. Und jetzt brauchen wir aber das fürs Flooding, das Icing, das dünner sein muss. Und dazu muss man das jetzt ein bisschen verdünnen. Und zwar mit Wasser. Oder man kann auch Zitronensaft nehmen, dann wird es halt ein Zitroneneicing. Wir nehmen aber jetzt Wasser. Und man muss aufpassen, dass man echt immer nur ganz tröpfchenweise, ich nehme jetzt hier mal am Anfang so ein ganz paar Tröpfchen so, und dann rühren. Dann merkt man schon, das wird flüssiger. Ja, ist noch nicht flüssig genug. Das ist immer noch sehr, zieht sich immer noch sehr. Es muss eigentlich dann tropfen, wenn es fertig ist. Das heißt, wir nehmen jetzt noch ein bisschen mehr. Noch ein paar Tröpfchen. Ja, das war gut. So, jetzt haben wir schon eine Konsistenz, die ziemlich gut ist. Ihr seht, das sieht jetzt echt ganz anders aus als vorher. Es ist jetzt richtig schön flüssig. Und wenn man sieht, dass man so Schlieren machen kann und die sich sofort quasi wieder in die Masse einfügen, dann habt ihr die richtige Konsistenz getroffen. Falls ihr mal ein bisschen zu viel Wasser reingebt, ist auch nicht so schlimm. Dann nimmt man halt wieder ein bisschen Puderzucker, damit es wieder ein bisschen härter wird. So, unser Eisling ist ja jetzt fertig. Aber noch ein wichtiger Trick, bevor ihr es in die Spritztüte füllt, lasst es eine Minute lang stehen, weil, dann seht ihr, da kommen so Luftblasen hoch und die müsst ihr erstmal kaputt machen, weil sonst habt ihr die hinterher auf eurem Cookie und das gibt dann Krater auf der Fläche von dem Flooding. So, jetzt sieht man hier, da sind ein paar Blasen hochgekommen, nach einer Minute ungefähr. Und die nehme ich jetzt nämlich als einen Zahnstocher und zersteche die. So, dass die Luft da rausgeht. Genau. Und dann nochmal verrühren. Da sieht man jetzt, dass die jetzt wieder weg sind, die Blasen. Genau. Und erst, wenn es ohne Blasen ist, wenn da keine Blasen mehr hochkommen, dann in die Spritztüte füllen. So, jetzt habe ich hier das Eising. Einmal das etwas härtere Eising in dieser Tüte und einmal das etwas flüssigere Eising für das Flooding, für die Fläche von dem Keks in dieser Tüte. Und ja, was passt besser zu dem rosa hier als ein Herz? Ja, wie ihr diese Cookies macht, das Rezept findet ihr in der Infobox oder hier unten, ihr klickt auf diesen Link. Da erkläre ich euch in dem Video, wie ihr die Cookies macht. Ich fange jetzt an, mit dem harten Eising die Outline zu machen. Dazu fange ich hier an so einer Spitze an, wo ich gut ansetzen kann. und dann schön langsam, mit ruhiger Hand am Rand entlang einmal um den ganzen Cook hier rum. So, an so Stellen, wo man gut absetzen kann, ist zum Beispiel hier. Ah, und das A und O sind Zahnstocher. Und dann seht ihr, guck mal hier, da ist es so ein bisschen gebrochen. Da kann ich ganz schnell den Zahnstocher das wieder fixen. So. Und weiter geht's. So, und Zahnstocher. Noch mal schön hier die Ungegenheiten ein bisschen ausgleichen. So, jetzt haben wir die Outline. Jetzt warten wir so ungefähr fünf Minuten, bis die einigermaßen hart ist, damit sie das flüssige Eising auch wirklich hält. So, die Outline haben wir jetzt. Die ist auch schon gehärtet. Das heißt, wir können jetzt anfangen mit dem Flooding, also die Fläche des Cookies zu füllen. Dazu habe ich bei meiner Spritztüte eine Vierer-Tülle vorne rein gemacht. Diese Tüllen gibt es, wie gesagt, in verschiedenen Größen. Und je nachdem, wie groß die Fläche ist, die Fläche hier ist jetzt relativ groß, deswegen habe ich die Vierer genommen, sonst könnt ihr auch eine Zweier nehmen. Noch ganz wichtig, bevor ich anfange, es gibt so ein paar Hilfstools zum Ausgleichen, wenn ihr Unebenheiten habt in der Fläche. Ich habe hier das professionellere Scribble-Tool. Das könnt ihr euch im Internet bestellen. Da haben wir auch einen Link eingeblendet. Und ja, wenn ihr das aber noch nicht habt, tut es auch ein ganz stinknormaler Zahnstocher. Damit könnt ihr auch Unebenheiten ausgleichen. Dann legen wir los. Und zwar immer von außen nach innen. Das heißt, ich fange jetzt hier außen an und gehe so am Rand entlang. Ich muss nicht ganz genau dran sein, weil das ist ja Flooding, also flüssiges Eising. Das verteilt sich so ein bisschen. Genau. Und dann immer weiter nach innen. Und ihr seht schon, da die Rillen, die da noch so sind, die verschwimmen dann, weil das einfach eben flüssiges Eising ist. Deswegen muss man da in der Mitte auch nicht mehr so genau arbeiten. So. Und jetzt nehme ich das Scribble-Tool und mache hier so die Feinheiten, zum Beispiel hier noch den Rand, der hier noch zu sehen ist. und gleiche das so ein bisschen aus. Auch hier. Und hier festhalten. Unten auch. Mache ich eine schöne Spitze, dass das schön aussieht da unten. Jetzt ziehe ich so ein bisschen raus. Jetzt haben wir unseren Cookie gefladdet und jetzt muss der, ganz wichtig, mindestens 24 Stunden trocknen, weil da ist jetzt eine ganz schöne Schicht Eis drauf, Eising drauf. Und bevor das richtig trocken ist, bevor ihr das irgendwo in eine Box packen könnt oder so, 24 Stunden an der Luft außen trocknen lassen. So ihr Lieben, jetzt habe ich euch die Technik des Royal Icings gezeigt. Einmal das Outlining und dann das Flooding für die Fläche des Cookies. Das heißt, ihr könnt jetzt selber eigene Cookie-Kreationen machen. Macht Fotos davon und ladet sie bei Instagram hoch mit dem Hashtag IamBakeClub Tschüss!